In diesem Video habe ich für dich die wichtigsten Nachrichten aus der Woche zusammengetragen und diese gehen wir nun im Schnelldurchlauf durch. Wenn dir solche Nachrichten im Schnelldurchlauf gefallen, dann hinterlasse diesem Video einen Daumen nach oben oder hinterlasse auch einen Kommentar, dann würde ich so ein Video öfter machen. Das Bitcoin-Netzwerk hat im Jahr 2021 489 Milliarden Dollar pro Quartal verarbeitet. Und das ist mehr als PayPal verarbeitet hat, denn die haben nur, in Anführungsstrichen nur, 302 Milliarden Dollar verarbeitet. MicroStrategy kauft weitere 7.002 Bitcoin für ca. 414,4 Millionen Dollar, sodass der Gesamtbestand 121.044 Bitcoins beträgt. Morgan Stanley hat im dritten Quartal 1,5 Millionen Anteile des Grayscale Bitcoin Trust erworben, um sich stärker in Bitcoins zu engagieren. Grayscale Investments hat sein neuestes Altcoin-Angebot gestartet, nämlich einen Solana Trust mit 9,5 Millionen Dollar. Eine Nachricht, die mir ganz besonders gefällt, ist, dass Grayscale berichtet, dass das Metaverse ein Markt mit einem Umsatz von einer Billionen Dollar sein könnte, mit einem riesigen Web3-Potenzial. Und dieser Nachricht stimme ich auf jeden Fall zu. Wenn du jetzt aber gar nicht weißt, was Web3 ist, es gibt nämlich ein paar grundlegende Unterschiede zwischen Web2 und Web3, aber der Kern ist da die Dezentralisierung. So ganz kurz erklärt, Web3 erweitert das Internet, wie wir es heute kennen, um ein paar zusätzliche Eigenschaften, wie dass es eben selbst verwaltet ist, erlaubnisfrei, vertrauenslos, überprüfbar, etc. Und in Web3 entwickeln und implementieren Entwickler normalerweise keine Anwendungen, die auf einem einzigen Server laufen oder ihre Daten in einer einzigen Datenbank speichern. Stattdessen laufen Web3-Anwendungen entweder auf Blockchains, dezentralen Netzwerken aus vielen Peer-to-Peer-Knoten oder einer Kombination aus beidem, die ein krypto-ökonomisches Protokoll bilden. Und diese Anwendungen werden oft als DApps, also dezentrale Anwendungen, bezeichnet. Matt Zhang, ein ehemaliger Citibanker an der Wall Street, gründet HiveMind Capital Partners, einen 1,5 Milliarden Dollar schweren Kryptofonds mit Algorand als erstem Partner. Collins Dictionary hat offiziell seine 10-Wörterliste für das Wort des Jahres 2021 bekannt gegeben und erklärt, dass NFT, obwohl es sich technisch gesehen um eine Abkürzung für Non-Fungible Token handelt, das Wort des Jahres ist und damit unter anderem Krypto und Metaverse übertrifft. Wir bleiben direkt mal bei NFTs und dem Metaverse, denn Morgan Stanley berichtet, dass Metaverse Gaming und NFTs bis 2030 10% des Luxusmarktes ausmachen könnten. Moonpays neue NFT-Concierge-Service namens Moonpay Concierge hilft Prominenten beim Kauf von Bored Apes. Regal Cinemas in den USA kündigt eine Partnerschaft mit Flexa an, um seinen Kunden die Möglichkeit zu geben, Kinokarten, Essen und Getränke in Kryptowährungen zu bezahlen. AMC und Sony arbeiten zusammen, um 86.000 NFTs mit Spider-Man-Motiven für die bevorstehende Filmpremiere von Spider-Man No Way Home herauszubringen. One Republic ist der erste große US-Künstler, der mit der Strike-App in Bitcoin für seine Auftritte bezahlt wird. Adidas steigt in die Kryptowelt ein und kündigt eine Partnerschaft mit Coinbase und Sandbox an. BreadWallet, eine Open-Source-Wallet für Kryptowährungen, hat vor kurzem bekannt gegeben, dass sie von Coinbase übernommen wurde, wodurch der BED-Token um 400% gestiegen ist. Crypto.com ist die erste Kryptobörse, die die SOC2-Standards erfüllt und damit als sicherste Kryptohandelsplattform zertifiziert ist. Coinbase gab am Dienstag die Übernahme von Unbound Security bekannt, einem israelischen Unternehmen, das eine neue Art von Kryptografie zur Speicherung digitaler Vermögenswerte nutzt. Und das war's auch schon mit dem Schnelldurchlauf der Nachrichten der letzten Woche. Ich hoffe, ich konnte dir einen leichten Überblick verschaffen. Ansonsten, wenn dir sowas gefällt, schreib's in die Kommentare und hinterlass mir einen Daumen nach oben. Ansonsten sehen wir uns natürlich im nächsten Video. Ciao! Und wenn du aus dem Kryptobereich deutlich mehr herausholen möchtest, dann würde ich dir empfehlen, auf meiner Patreon-Seite vorbeizuschauen, denn dort erwartet dich ein wöchentlicher Bericht mit bevorstehenden Projektstarts mit Potenzial, dann bist du bei so Brechern wie Solana von Anfang an mit dabei. Zudem stelle ich dir auch die besten kommenden NFT-Projekte vor, dann kannst du nämlich investieren, bevor es die ganze Masse macht. Ebenso stelle ich dir noch sehr kleine Projekte unter 5 Millionen Market Cap vor mit enorm viel Wachstumspotenzial. Tipps und Tricks gibt es natürlich auch noch und auch Einsicht in mein eigenes Portfolio mit Kaufansagen. Das alles solltest du auf keinen Fall verpassen, der Link ist in der Videobeschreibung.